Ja, guten Tag Freunde, es ist 14 Uhr Zeit für eine Runde Clash of Clans. Heute um 17 Uhr kann ich euch schon mal vorwarnen, wird eine Folge von Matthias kommen, wo er hoffentlich endlich mal seine Juwelen kauft. Ich bin auf jeden Fall gespannt und wir wollen jetzt auf jeden Fall mal noch ein bisschen angreifen. Ich denke mal, heute kleine Turbo-Runde. Ich bin momentan relativ hoch in den Trophäen. 2.352 auf dem Weg Richtung Crystal 1. Ja, mal gucken, wie weit wir es schaffen. Ich will das jetzt mal noch nicht Road to Meisterliga nennen. Die Angriffe gestalten sich relativ schwierig, muss ich sagen. Ich versuche möglichst immer mit Schweinen anzugreifen, wenn es mir denn möglich ist, aufgrund, ja, natürlich des dunklen Elixiers. Wenn ich da mal was habe, dann greife ich natürlich mit Schweinen an. Ich produziere auch schon mal in weiser Voraussicht welche vor. Und, ja, Problem auf jeden Fall auch immer, die Dauer der Zauberspruchfabrik ist dauert halt. Und ich habe nur vier Juwelen noch, weil ich auch keinen Bauarbeiter frei habe, um mir mal ein bisschen Gerümpel wegzumachen. Erst wieder an einem Tag, wenn unser Magiatron fertig ist. Und, ja. Ich kann euch jetzt mal eben, das ist jetzt wirklich, jetzt könnt ihr mal wirklich sehen, wie das vonstatten geht, wenn man wirklich versucht, hier hochzukommen in den Trophäen. Es ist eine Qual. Wirklich, es ist eine Qual, diese Gegnersuche. Die Gegnersuche macht mich echt fertig. Ich suche teilweise echt stundenlang rum, bis ich mal einen adäquaten Gegner überhaupt ansatzweise gefunden habe, den ich überhaupt mal schaffe. Man findet eigentlich nur immer Gegner mit Inferno-Türmen oder mit X-Bögen auf Level 2, 3. Hast du nicht gesehen, das ist wirklich eine Scheiße. Dann noch der Klassiker. Man findet einen halbwegs gescheitenden Gegner, aber man, ja, man weiß nicht genau, wie lockt man jetzt die Clan-Truppen am weitesten am besten raus, weil sie einfach zu zentral sind. Ja, dann wieder solche Bases, die ich natürlich mit Schweinen überhaupt nicht angreifen kann. Das ist echt teilweise schon nicht ganz so einfach. Allerdings muss ich sagen, meine Base hält wirklich super. Also letztes Mal, als ich es versucht hatte, in die Kristalliga zu kommen, warte mal, kommen wir in hier. Die Magier-Türme sind sehr schlecht. 19 Trophäen aber nur. Ah, das ist ja so wenig, ey. 19 Trophäen, das ist so wenig. Und dann wieder diese ganzen Inferno-Türme. Da habe ich natürlich mit Schweinen absolut keine Schnitte gegen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Schweine dann irgendwann nicht mehr so extrem genutzt werden. Was haben wir hier denn? Auch wieder nur 13 Trophäen. Also dafür riskiere ich es dann aber auch nicht. Das müsst ihr mir dann verzeihen. Das ist nicht im Sinne des Erfinders, so nenne ich es mal. Oh. Geile Ressourcen, aber leider für uns unerreichbar. Oh, 26, Alter, es gibt es nicht, ey. Das sind jetzt wirklich mal Live-Bilder von meiner tagtäglichen Qual der Gegnersuche, so nenne ich es mal am besten. Clear-Ato-Server sind nicht synchron, ja. Herzlichen Glückwunsch. Kann ich halt aber die Zeit mal nutzen, um euch mal die letzte Verteidigung zu zeigen. Und ich muss sagen, ich wurde jetzt, glaube ich, drei oder... Ne, ich wurde, glaube ich, viermal angegriffen, seitdem ich diese Base habe. Und ich habe nie mehr als einen Stern verloren. Ihr seht es jetzt. 58 Prozent, 71 Prozent, 88 Prozent, 51 Prozent. 50 Prozent. Ein Stern, ein Stern, ein Stern, ein Stern und ein Stern. Ich habe niemals mehr als einen Stern verloren. Und das ist genau das, was ich mit dieser Base erreichen will. Das Rathaus ist uneinnehmbar. Das ist wirklich so. Niemand kann dieses Rathaus zerstören. Muss man wirklich mal so sagen. Er versucht es jetzt natürlich mit relativ vielen Ballons, die jetzt aber zum Glück kaputt sind. Jetzt kommt noch... Er hatte eigentlich gehofft, die Luftwaffe wahrscheinlich kaputt zu machen. Hat nicht so ganz funktioniert. Jetzt kommt er mit den Drachen an. Draußen hat er noch einen Barbarenkönig Level 10. Also schon ziemlich dick aufgetragen. Aber jetzt hier ist wieder der Knackpunkt. Noch zwei Mauern vor ihm. Und jetzt kommen natürlich die X-Bögen. Der, okay, den einen hat er geschafft. Aber er hat das Rathaus ja auch nicht mal berührt. So, und deswegen... Keine Chance. Das ist wirklich... Diese Base ist wirklich genial, wenn ihr wirklich mal eine gescheite Base sucht. Und wir gucken jetzt mal eben ganz kurz einen Tipp, den ich euch auch auf jeden Fall geben kann. Guckt vorher bitte unbedingt in eure Clanburg, bevor ihr angreift. Das habe ich auch schon zu öfteren mal gemacht und dann... Also beziehungsweise zu öfteren nicht gemacht. Und habe mich dann gewundert, oh, was habe ich denn überhaupt in der Clanburg drin? Setzen wir die Truppen doch einfach mal. Und dann ging es in die Hose. Ach man, ich finde keine Gechner. Das ist echt doch zum Kotzen, ohne Scheiß. Und die Gechner... Ich werde so viel dunkles Elixier mir später holen, wenn ich auf dem Rückweg bin von, ähm... Von Kristall 1 oder 2 Richtung Gold 2 wieder. Das wird... Das wird ein Fest. Werde ich definitiv... Ja, ich denke mal, ich werde den Barbarenkönig dann sogar... noch ein Levelchen hochkriegen. Oder vielleicht auch sogar die... Bogenqueen... Hier, 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 hier greife ich glaube ich mal an. 28 Pokale. Clanburg relativ zentral. Da kommt auch was raus. Das gefällt mir jetzt zwar nicht so. Eieiei, aber gut, es sind nicht so. Es sind nur, es sind nur Baby-Truppen. Das ist okay. Oh, es sind viele Baby-Truppen. Es sind viele Baby-Truppen. Das ist nicht ganz so gut. Lassen wir erstmal... Wir warten erstmal ab, was da bei einem Kampf so rumkommt. Wir warten erstmal ab. Okay, 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 okay. Ja, das ist nicht so ganz, wie ich mir das jetzt erhofft hatte. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Komm, mach die eine nur noch kaputt. Geh bloß nicht, geh bloß nicht auf die Truppe drauf. Geh bloß nicht auf die Truppe drauf. So, jetzt locken wir mal eben sie noch an. Hier oben ist der Barbarenkönig. Den haben wir jetzt auch natürlich mal eben noch an. So, Schritt Nummer 1. Queen kaputt machen natürlich. Oh, das wird ein harter Kampf diesmal. Das wird ein harter Kampf. Aber ich habe auch meine beiden Helden zum Glück noch. So, König 5. Den kriegen wir hoffentlich auch kaputt. So, die ist auch kaputt. König ist auch kaputt. Jetzt können wir loslegen. Leider habe ich nur 20 Truppen. Versuchen wir es mal von hier. Versuchen wir es mal von hier. Ich schicke sie auch alle auf einmal los diesmal. Komm, komm, komm. Wenigstens einen Stern. Wenigstens einen Stern. Ah, einen X-Bogen habe ich gar nicht gesehen eben. Wollen wir da? Ich habe doch den Haltzauber gesetzt. Was soll die Scheiße denn? Mann, 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 Mann. Ich habe den eigentlich eher gesetzt gehabt. Aber egal. So, gucken wir mal. Ja, so viele habe ich gar nicht mehr. So viele Schweine. Aber es wird vielleicht doch noch reichen, um halbwegs was kaputt zu machen. Das wird sich dann gleich zeigen. So, noch hier auf dieser Seite. Versuchen wir es mal mit ein, zwei Riesen zur Ablenkung. So. Ich habe doch nur einen Held gehabt. Ist egal. Ja, den kriegen sie noch. Den kriegen sie noch. Den kriegen sie noch, den Magier-Turm, oder? Ja, der ist kaputt. Okay. Das Rathaus will ich haben. Das Rathaus will ich haben. Ja, die Walküren könnten vielleicht einen Unterschied machen. So, komm, 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 komm. Zum Glück, er hat keinen Minenwerfer mehr. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber ich habe auch leider allerdings jetzt keine... Nein! Nein, nein, nein. So nicht, Freunde. So nicht. Ja, das wird, glaube ich, nur einen Stern. Scheiße, ey. Mann, wie dumm die Truppen auch sind, ey. Dass sie nicht mal einmal dahin laufen, wo sie hin sollen. Diese verkackte Königin. Mach doch. Lauf doch jetzt dahin. Ja, das reicht natürlich vorne und hinten nicht mehr. Ja. Genau, weil die Königin jetzt auch eh gleich kaputt ist. Ja, genau. Na, fuck, ey. Nur einen Stern. Nur neun Trophäen. Das ist ärgerlich, weil ich jetzt auch kein dunkles Elixier mehr habe. Das sind so die Sachen, die mir da immer ein bisschen Schmerzen bereiten. Die sagen natürlich wieder, einige, du hättest mit mir Schweinen angreifen sollen. Ja, ich habe aber allerdings nicht mehr Elixier, ne? Ich kann mir das dunkle Elixier auch nicht aus den Länden schneiden. Das ist genau das Problem, was ich habe. Jetzt habe ich leider zwei Schweine hier noch rumstehen, die ich nicht mehr brauche. Mann, 2361. Ja, es fehlen noch ein paar bis zu Kristall 1. Aber okay. Werden wir natürlich auch noch schaffen. Mann, das war echt nicht das, was ich mir hofft habe. Ich baue schon mal jetzt zwei nach in weiser Voraussicht und kann euch jetzt mal zeigen, mit was ich sonst auch angreife. Ich nehme meistens so sechs bis sieben von den Mauerbrechern. Baue natürlich eine ganz ordentliche Zahl an Riesen hinterher. Oh, Level 5 Magier, das ist schon mal gut. Von unserem Neuling Beda. Und dann bauen wir auf jeden Fall noch ein paar davon hinterher. Ja, die Barbaren auf sechs, die würden mir auch ganz gut stehen. Muss ich sagen. Und ja, ich habe noch eine Anmerkung. Wenn ihr kostenlose Juwelen haben wollt von App Bounty, einfach dann das Prinzip, glaube ich, einfach irgendwelche Apps installieren oder sowas. Dann kriegt ihr da diese Punkte. Und dann könnt ihr euch davon irgendwie eine iTunes-Karte dann holen und dann davon euch hier die Juwelen besorgen. Dann, ja, klickt mal auf den Link, den ich in die Beschreibung gepackt habe. Würde ich mich sehr freuen. Kriege ich auch einen Anteil von App natürlich. Und dann, so gewinnt dann wahrscheinlich jeder. Und dann kriegen wir auch, kriege ich aber hoffentlich bald mal ein paar Juwelen noch snacken hier. Ich brauche unbedingt mal ein paar, damit ich hier mal ein bisschen was pushen kann. Ich kann nicht mal mehr meine Zauberspruchfabrik pushen. Das ist scheiße. Aber okay. Danke, Leute, fürs Zuschauen bei dieser kleinen, feinen Runde in Kristall 2. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Kristall 1. Und nicht vergessen, heute 17 Uhr, Matthias kauft seine vierte Bauhütte. Bis dann, Daumen hoch, abonnieren. Tschüssi.